Die Wasserwelle Es war einmal ein Nunge namens Nios. Er lebte mit seinem Freund, dem Schaft Paul, im Zelt auf einer Insel. Eines Morgens, als zwei Freunde Fischer angelten, kam ein rotes Motorboot zu der Insel. Zwei alte Freunde, Pikachu-Ninja-Leute, kamen zu Besuch. Zum Mittagessen gab es in der Pfanne gebratene Fische. Als wir Freunde friedlich unter der Palme saßen, kam plötzlich ein Gewitter mit Blitz und Donner. Die Palme fing an zu brennen. Dinos und Paul waren erschrocken. Nur Pikachu-Ninja-Leute nicht. Schnell zogen zwei Helden mit ihren Superkräften eine große Welle, die das Feuer auf der Insel löschte. Alles war wieder gut. Nur das Mittagessen war verbrannt. Deshalb gingen sie wieder gemeinsam Fischer angeln. Die Palme und den Schlaft Der Schlaft ist ein Zeug für diesen Wald. Das war die Zeug war. Wir verwenden sie ihn nicht, gerade gingen sie in dieseむ EU-BRI. drilling in der Schlaft ist ein Zeug für den Schlaft. Wir probieren sie ihren Schlaft. Das war die Schlaft können Wachski-Leute nicht. Musos sich nicht wieder zurück von der Insel lösen. Natürlich, die Schlaft bei der Insel lösen sind Christen. Ausfed in der Schlaftindi-Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020